Freunde, heute werden wir gegessen in Roblox. Also wirklich zerwampft und gefuttert und danach wieder ausgepupst. Ey, Jakaro, was geht ab, Junge? Warum bist du ein Kuchen? Keine Ahnung. Wie, keine Ahnung? Hä? Jakaro, warum bist du ein Kuchen? Ich will auch ein Essensstückchen werden. Oh, was können wir denn hier werden? Warte mal, wir können Kaugummi werden, eine Bockwurst, ein Kuchen. Oh, sogar ein Taco. Ey, aber weißt du, was ich am liebsten mag? Pizza! Und deswegen wäre ich als erstes eine Pizza, Leute. Und jetzt bin ich die Salari-Pizza. Ich weiß nicht, wie ich von einem Kuchen geworden bin. Wie bist du zum Kuchen geworden, Jakaro? Erzähl uns das. Guck mal, ich bin zu seinem Lucky gegangen und der war so hungrig und so fett, dass er mich zum Kuchen gemacht hat. Hä? Ach, hab ich nicht essen wollen. War das überhaupt für den Sinn? Ey, ich glaube, wir müssen jetzt da runterrutschen mit unserer Pizza, Junge. Let's go! Leute, wir werden jetzt... Nein, wir werden gegessen! Hilfe, Jakaro, bleib stehen! Was? Stopp, 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 stopp! Ah! Aua, aua. Wir wurden einfach aufgegessen. Yo! Ey, was geht ab, Junge? Wir kommen hier wieder raus. Ey, wir werden wieder rausgepupst. Ich will. Ich werde... Ich bin in der Toilette. Ich wurde rausgepupst. In der Toilette. Boah, Junge, ist das eklig, Alter. Warte, kann der einen Bus essen? Wehe, der kann mich jetzt essen, wenn ich den Bus nehme. Warte mal, was? Man kann in den Bus rein... Und danach kann man gegessen werden? Ey, ich setze mich mal zu dir in den Bus. Jakaro, du bist der Bus-Driver. Schau mal, ob das klappen wird. Ey, da kommt auch die Polizei und so. Warte mal, rutsch mal die andere Rutsche hier. Osterhase. Aber rutsch mal die andere Rutsche. Diese Osterhase-Rutsche. Und wir können hier vorne noch ganz, ganz viele Rutschen freischalten. Deswegen schau das Video irgendwie bis zum Schluss. Weil wir haben jetzt gerade 80 Klopapier, sehe ich. Aber wir wollen mehr Klopapier. Bei 1500 können wir uns dann auch mehr Sachen kaufen. Neue Essenssorten und sowas. Im letzten Video haben wir herausgefunden, dass ich keinen Führerschein habe. Ja, und jetzt fährst du einfach Bus, Junge. Jo, was ist das? Ui. Alter. Jakaro, du kannst doch fahren. Warte mal, wir werden jetzt vom Osterhasen gegessen, oder was? Wir werden vom Osterhasen gegessen. Hilfe. Nein, nicht der Osterhasen. Nicht die Bälle. Und na, na, warum komm hier besser hin? Jakaro, bleib stehen. Fahr zurück, fahr zurück, fahr zurück. Ah! Also toll. Das hat ja toll funktioniert. Wir haben es nicht geschafft, gegessen zu werden. Und das ist nicht gut. Auch wenn man denkt, dass es gut ist. Das ist nicht gut, Leute. Was können wir hier vorne machen werden, Alter? Ich werde mal hier vorne. MMMs oder was ist das hier vorne? Ich bin ein Graugummi. Tschüss. Ich werde ein Taco. Wuhu. Taco, 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 Taco. Und wo kann ich mich jetzt damit hin? Warte mal, kann ich hier... Oh, ich nehme die hellblaue Rutsche. Oh, warte mal, die kostet 1600. Ich habe nicht so viel. Hey. Ich fliege. Hey, mein Taco ist weg. So, zack. Jetzt bin ich wieder drin in meinem Taco. Okay, voll. Das Kaugummi ist so schnell. Das Kaugummi ist eines der schnellsten, glaube ich. Echt? No way. Warte mal. Hier für 100 können wir die nächste Rutsche kaufen. Okay, warte mal. Ich gehe mal erstmal hier lang. So, zack. Ich will jetzt 100 pro Papier feilschalten. Das Kaugummi? Ey, der Taco ist nicht so schnell. Dann muss ich das Saugummi mal gleich aussetzen. Und ey, komm, ich muss gegessen werden. Ey, ich werde nicht gegessen, Junge. Das funktioniert nicht ganz. Komm schon, ich brauche meinen Punkt nicht. Ey, ich will gegessen werden. Leute, es ist komisch, aber ich will gegessen werden. Ja, ich habe es geschafft. Let's go. Jam, 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 jam. Okay, jetzt habe ich einfach schon wieder 1 AP Plus bekommen. So, zack, rein da in die Toilette. Ich bin einfach rausgepupst, Junge. Okay, warte, ich teste jetzt mal den Kaugummi aus. Ich weiß, man kann neue Autos bekommen. Und ich habe jetzt 160. Junge, ich stecke hier fest. Was hat der mit mir gemacht? Ah, okay, jetzt. Oh, das Kaugummi ist echt schwer. Schau mal, komm mal mit, komm mal mit, Jakagu. Und wir gehen jetzt mal hier vorne. Hast du schon genug? Kannst du schon das hier vorne freischalten? Ich kann jetzt schon die Rutsche hier vorne freischalten für 100 Klopapier. Und komm schon. Ach, krieg ich auch. Ich bin der nächsten Rutsche, Alter. Und die ist richtig schnell. Yo. Und von wem werden wir diesmal gegessen? Wir werden diesmal von Billy gegessen. Das ist Billy, Leute. Und yo, let's go. Das ist richtig, Billy. Ey, Billy, iss mich besser nicht. Ey, doch, wir wurden von Billy gegessen. Und warte mal. Warte mal, Taco, wenn ich gegessen werde, muss der ganz viel Pupsi machen. Ja, weil Tacos scharf sind, oder was? Nee, Tacos machen ja einen Pupsi machen so. Oh, guck mal, was der hier vorne hat. Der hat so ein Premium-Howerboard, Alter. Was ist das denn? Aua. Was ist das denn? Und hier ist Stufe 2. Wir haben Stufe 2 freigeschaltet. Okay, let's go. Ich geh da mal rein. Die Toilette ist nicht cool. Entsperren. Yo, ich glaub, ich kann da jetzt rüberhüpfen. Und komm schon. Let's go, Leute. Und was hab ich denn hier vorne? Ey, ich hab eh was richtig cooles freigeschalten. Warte, ich komm auch mit dir rein. Komm schon. Zeitmaschine? Was? Ey, lass mal jetzt Jahr 2013 reisen. Was geht denn jetzt ab? Alter. Da bin ich geboren. Ernsthaft? Du bist 2013 geboren, lol. Okay. Jetzt siehst du, wie alt du bist. Ey, aber wo sind wir denn jetzt hier vorne? Hä? Wir sind in eine neue Welt oder sowas? Ey, lass mal wieder zurück. Das ist ja voll die komische Welt. Komm, lass einmal hier vorne gegessen werden. Lass uns mal so ein Auto schnappen und einmal gegessen werden. Was ist das denn hier für eine komische Orbi? Wir können in die Zeit reisen. Wir können Zeitreisen machen. Komm ins Polizeiauto. Let's go, Junge. Reiner. Ah. Ups. Ja, gar nicht. Ups. 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 Oh, da steht sogar Ups. Ich geh jetzt wieder zurück. Bam, Junge. Ich reise zurück in unsere normale Welt. Ich will wieder ins Jahr 2024, Leute. Und jetzt wäre ich erstmal hier vorne wieder zum... Was haben wir noch nicht? Wir waren auch keine Bockwurst. Deswegen wäre ich jetzt mal zum Bockwurst. Let's go. Oh, wir haben 156 Klopapier. Das heißt, wir können... Wir können bisher immer nur diese eine Rutsche rutschen. Ey, ich rutsche mal die Osterhasen rutschen. Vielleicht kriege ich die diesmal hin, Leute. Und ey, die ist richtig krass. Schaut euch das mal an. Und ich hab auch... Ich weiß gar nicht, wie krass die anderen rutschen werden, Leute. Die werden immer krasser gefühlt. Wow, Alter. Einfach Looping gemacht. Einfach Looping gemacht, Junge. Hier kommen die ganzen irgendwelche Fruzgeräusche von Biggie. Was soll das eigentlich? Und... Junge, hört ihr das? Oh, komm hier. Die ganzen Fruzgeräusche. Wow, ich hab's geschafft. Was? Ich bin beim Osterhasen drin. Ich werd gegessen. Nein, ich wurde ausgespuckt. Hä? Warte mal. Ich glaub, der Osterhasen mag keine Bockwurst. Mag der mich etwa nicht, oder was? Hallo? Doch, ich bin drin. Ich bin drin. Let's go. Und jetzt muss ich hier vorne raus. Komm schon. Und... Ich werd wieder über eben schneller. Kau, Gummimmi. Ich werd wieder weg. Ich werd wieder weg. In die pinke Toilette. Ich wurde wieder ausgepupst. Und... Oh, yeah. Okay, wir haben 260. Bei 300 können wir eine nächste Rutsche freistellen. Das heißt, wir gehen jetzt mal einmal zu den M&M's. Bam. Wir werden jetzt in M&M, Leute. Und rutschen. Die rutschen da vorne, weil die hatten uns am meisten bisher gegeben. Freunde, lasst allen Like da und Abo, damit wir heute noch die krasseste Rutsche aller Zeiten fahren können. Oder rutschen können, wie gesagt. Mit unseren M&M's, Junge. Wir sind einfach M&M's. Und komm schon, wir müssen gegessen werden, Leute. Wir werden jetzt gegessen. Du wurdest ausgekackt. Ich werde jedes Mal ausgepupst, Alter. Das ist normal. Muss ja auch irgendwo wieder rausgekommen werden. Oh, komm schon. Reiner, Reiner. Nein. Ey, ich werd... Okay. Ja? Ich wurde ausgepupst, aber bin nicht in die Toilette gefallen, sondern eher ausgepupst. Aus der Map. Hä? Wie, du bist aus der Map? Alter, du hast jetzt hier einen Punkt, den ich bekommen. Junge, was ist das hier vorne? Was ist das? Und mir sind so ganz viele Kackie-Punkte und sowas. Und ich wurde ausgepupst. Let's go! Abgespült. Okay, ich hab jetzt einfach 300. Das heißt, Leute, wisst ihr, was ich jetzt meinen kann? Ich kann jetzt hier vorne... Also erst mal, ich werd mal wieder hier... Ich werd über eine Hähnchenkeule. Das war ich noch gar nicht. Komm, ich will Chicken werden. Ey, ich will Chicken werden. Ich will Chicken werden. Ich will Chicken werden. Ich bin Chicken und jetzt werde ich hier vorne. dieses 300-Level-Klopapier entsperren. Hä, wo bist du überhaupt? Komm, hier vorne, ich rutsche die Rutsche, Junge, Jakago. Let's go! Jakago, die grüne Rutsche für 300. Hast du die noch nicht freigeschaltet, oder was? Und... Wow! Wow, Alter! Alter, ich werd gegessen gleich. Ich werd gleich gegessen, ich spür schon. Junge, ein Samurai isst mich. Ein Samurai. Das war einfach ein Samurai. Alter, lol. Let's go. Und ich und mein Hähnchen wurden gegessen. Und... Jetzt kommt der PupsdV. So, bam. Reines Klo. Ich hab grad nur anderen Biss als du. Ey, ich muss es irgendwie schaffen. Ich wurde ins andere Universum geschossen. Alter, warte mal. Ey, vielleicht kann ich irgendwas im Shop kaufen. Ey, soll ich ein bisschen reincheaten? Soll ich mir für 200 Robots einfach hier vorne das kaufen? Alter, ich kann mir... Ich kann mir eine riesige Toilette für 1600 Robots kaufen. Junge, ich bin doch nicht verrückt. Das ist viel zu viel, Alter. No way, das mach ich niemals. Also... Leute, ich hab hier vorne für 80 oder... Warte mal, was kann ich mir hier Gutes dann holen? Ähm, ich hol mir mal für 80 Robots hier die 400 Klopapier. Let's go, Leute. Und... Boom! Ich hab mir jetzt 400 Klopapier gekauft. Und jetzt, was kann ich jetzt freischalten, ist die Frage, Leute. Warte mal, wenn du in den Bus gehst, warte, wenn du in den Bus gehst und ich hinten reingehe und du in eine Rutsche gehst, die ich noch nicht freigeschaltet hab, sollte ich da nicht eigentlich mitgehen? Weil du fährst dann. Vielleicht wirst du dann auch rausgekickt. Das kann auch sein. Wir haben jetzt erst 551 Klopapier. Ach so, was wir mussten. Geben an den Bus rein. Hä? Ich kann mit 500 gar nichts freischalten, gefühlt. Oder? Ich kann gar nichts freischalten mit 500. Oder? Nee, ich kann gar nichts freischalten. Hey! Ich kann echt nichts... Okay, ich muss mehr Robots kaufen. Ich muss mehr Robots ausgeben, Leute. Wir geben jetzt nochmal hier 200 Robots aus. Ganz ehrlich, mir egal. Let's go, Junge! Ich lasse mir jetzt mal zu dir. Und 200 Robots haben wir jetzt nochmal ausgegeben, Freunde. Oh, jetzt können wir die 700... Aber wir können auch krassere. Oder für 1500 freischalten. Hier vorne kann ich freischalten. Aber weißt du was? Ich will nicht das krassere Essen. Ich will hier vorne eine krassere Rutsche. Guck mal, wie cool ich jetzt bin. Was soll ich für 1500 freischalten? Ey, ich will die blaue Rutsche freischalten. Die will ich freischalten. Ey, wisst ihr was, Leute? Ich speise jetzt noch ein bisschen. Guck mal, wie cool ich bin. Guck mich mal an. Du bist ein MM. Ich habe das auch schon genommen. Warte, was weiß ich noch nicht? Ich weiß noch nicht die Weintraube. Leute, wir werden jetzt einmal hier vorne noch die eine Rutsche rutschen. Und danach können wir rüber zu der 1600 Rutsche. Weil da habe ich genug, Leute. Und dann wäre ich die blaue Rutsche einmal rutschen. Und ich sehe es bestimmt richtig cool. Jetzt bin ich erstmal in der Weintraube. Ich bin in der Weintraube. Oh nein, ich bin rausgeflogen. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es einfach nicht geschafft, gegessen zu werden. Toll, Junge. Vielleicht sollte ich lieber in so ein Auto rein. Da wäre ich halt einfach von einem Auto. Junge, man kann einfach hier... Der Typ isst einfach Autos. Was ist das denn für ein Verrückter? Und wow, let's go. Ey, mein Auto funktioniert nicht so ganz. Komm schon, ich muss fahren auch richtig. Und? Ah, Hilfe. Ah. Wow. Wow. Ey, ich will meine Punkte haben. Das Spiel will ich mich nicht gönnen, Mann. Ich fahre die ganze Zeit runter. Ich werde jetzt in den Sportwagen. Und da vorne ist einer mit dem Bus wieder rausgefahren. Junge. Oha. Wow, mein Sportauto ist richtig schnell. Ey, der Bus steht im Weg, Junge. Was soll das denn? Ich muss rückwärts fahren. Was ist das Lieblingsessen von Billy? Das ist... Upsi, Bro. Wusstest du das nicht? Junge, wir müssen da rein. Der wird einfach... Der wird einfach zu einem Abends, Junge, der Bus. Alter, was passiert da? Und ich stecke hier fest. Ey, ernsthaft? Was habt ihr mit mir gemacht? Das ist jetzt, oh, ihre Lust. Nee, komm, rein da. Reiner. Und boom. Ja, let's go. Ich habe ein paar Punkte bekommen. Ey, wir sind, glaube ich, gleichzeitig noch eins reingekommen. Ja, kann sein, Junge. Ich habe jetzt 1600 Punkte. Das heißt, Leute, wir haben genug Punkte, um dort vorne die blaue Rutsche freizuschalten. Und die schalte ich jetzt mit dem Bus. Weil ich gehe hier in den Bus rein. So, zack. Let's go. Ey, komm, komm auch rein. Komm rein. Komm rein. Komm rein. Komm rein. Schnell, 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 schnell. Blaue Rutsche, Junge, für die hier voll haben. Und entsperren. Ey, ich wollte, ich kann es mitkommen. Entsperren und let's go. Kannst du mit rein? Ich glaube, weil ich drin bin, oder? Ey, kann sein. Junge, geh mal raus, Jakar. Geh mal raus. Geh mal raus. Schau mal, ob das dann funktioniert. Und, ja, dann funktioniert es, Junge. Hä? Alter. Ich bin noch drin. Wo, mein Bus? Ich bin noch drin, Bro. Echt? Nee, bist du nicht? Doch, bist du, hä? Doch. Dann funktioniert es. Alter, hast du dich an die gelogen, Junge. Alter, das ist die krasseste Rutsche aller Zeiten. Ey, ich bin echt gespannt, wie viel Klopapier wir gleich losbekommen werden. Ey, ich es überhaupt schaffe, hier runterzurutschen. Okay, jetzt müssen wir uns anschreien. Junge, Alter, was geht hier ab? Jakar, ey, mit dem Bus hier runterzurutschen, ist echt keine gute Idee. Freunde, das war es komplett, Alter. Was passiert hier? Yo, yo, Hilfe, 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 Hilfe. Und, ja, wir werden gegessen. Boah, Alter. Schau dir so an. Der Bus wird einfach zermampft, Junge. Wow, komm schon. Und ich bin drin. 100, 200 EP habe ich einfach plus bekommen. Wie geil. Und jetzt werden wir noch ausgeboostet, Freunde, mit der ganzen Pupsi. Und, oh, yeah. Oh, yeah, let's go. Und damit würde ich sagen, Freunde, heute wollen wir einfach hier komplett zerfressen. Lasst ein Like da und ein Abo, falls euch das gefallen hat, dass ich heute gefressen wurde in Robox. Falls ihr noch eine Folge sehen wollt, dann bei 500 Likes gibt es die zweite Folge. Da kauf ich mir die ganzen anderen Brutschen hier vorne noch. Ganz genau, Leute. Und wenn ihr jetzt nicht abonniert, dann werden wir euch aufessen. Also schnell abonniert. Hahaha. Nein, Spaß, Freunde. Drückt euch hier vorne auf die nächste Folge, die vorne eingeblendet wird, gerne. Unbedingt draufdrücken, denn dort seht ihr den nächsten Part. Und jetzt würde ich sagen, haut rein, Freunde. Ciao, ciao. Ihr seid die besten. Hallo. Hashtag Buchi-Blogs in die Kommentare. Weiß nicht, was ihr hierhin geschaut habt.